So Leute, im heutigen Video werden wir uns über all die verrückten Sachen unterhalten, die gestern passiert sind. Darüber, wohin der Bitcoin-Preis sich in der nahen Zukunft bewegen könnte, wie die traditionellen Märkte aussehen. Wir schauen uns an, warum Bitcoin und in erster Linie auch Luna gestern so stark gesunken sind und wir unterhalten uns selbstverständlich auch über alles andere, was ihr in diesem Moment wissen solltet. Und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und Leute, genauso wie ich gestern gesagt habe, gestern war wirklich ein absolut verrückter Tag. Nicht nur, dass Bitcoin gesunken ist, der gesamte Kryptomarkt ist gesunken und jetzt schaut euch mal Luna an. Alleine diese Woche hat Luna knapp 62% verloren. Das Ding ist, das ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Coin, der auf Seite 250 auf CoinGecko ist oder so. Das ist wirklich eines der größten Krypto-Protokolle, die wir haben. Und dass wir hier um 61% mal ebenso gefallen sind, ist wirklich wahnsinnig. Wir haben natürlich auch noch andere Coins. Wir haben ApeCoin minus 40%. Wir haben TRX, gerade ist sogar gestiegen, echt verrückt. Und wir haben beispielsweise Steppen auch 40% nach unten gesunken. Man kann also definitiv sagen, dass wir ein paar ziemlich blutige Tage gehabt haben, vor allem gestern. So, die Frage ist, worüber müssen wir sprechen? Und das Erste ist, dass wir natürlich mittlerweile zu guter Letzt das 30.000-Dollar-Level mit Bitcoin erreicht haben. Und im Grunde genommen hat sich Bitcoin jetzt eher so verhalten, wie wir auch erwartet haben. Wir sind nach unten gegangen, wir haben dieses Level erreicht und wir haben auch von diesem Level schon einen ziemlich schönen Bounce gesehen. Mittlerweile ganze 7% gestiegen. Aber selbstverständlich haben wir jetzt auch diesen Widerstand bei 33.054 Dollar. Die Frage ist, warum trennet Bitcoin überhaupt nach unten? Warum sinken wir so stark? Und natürlich hat das zum Teil mit den traditionellen Märkten zu tun, die nach unten gehen. Das ist eine Sache. Es gibt allerdings auch eine ganze Menge Fahrt auf dem Markt und da werde ich gleich drüber sprechen. Ich will allerdings noch vorher sagen, dass wir uns mittlerweile unter dieser langfristigen roten Linie befinden. Ich habe jetzt auch nochmal zur Veranschaulichung die anderen Male, wo wir darunter gesunken sind, mit diesen türkisen Kreisen markiert. Und das hier, das war jetzt der erste Bitcoin-Exec. Dann hatten wir den zweiten großen Bitfinex-Exec, wir hatten den Virus-Absturz. Und das Ding ist, ich habe euch gesagt, dass damit wir eine Kerze darunter schließen würden, damit wir wirklich unter diese rote Linie gehen, da war ich der Meinung, dass es schon höchstwahrscheinlich ein Black Swan-Event braucht. Ähnlich wie das, was wir jetzt bei den anderen Gelegenheiten gesehen haben. Und Leute, für die, die das nicht mitbekommen haben, genau das ist jetzt gestern und heute auch passiert. Was ihr in diesem Moment wissen müsst, ist, dass eines der größten Protokolle, Luna, unter enormem Druck steht. Es wird von Leuten unter Druck gesetzt, die, ja, im Grunde genommen versuchen, das Projekt zu zerstören. Was ist jetzt passiert? Naja, Terra ist eine Art Sicherheitsmechanismus für den Stablecoin UST. Also, UST ist eine der größten Stablecoins, die wir momentan haben, mit einer Marktkapitalisierung von 16 Milliarden Dollar. Was man jetzt auf jeden Fall sehen kann, ist, dass dieser Stablecoin, naja, gar nicht mehr so stable ist. Wir halten nicht mehr den 1-Dollar-Pack und tatsächlich können wir sogar sehen, dass wir zu einem Zeitpunkt bis auf 67 Cent gefallen sind. Also, heute Nacht, im Grunde genommen gerade mal vor ein paar Stunden. Das ist jetzt das, was wirklich einen riesen Verkaufsdruck auf Luna verursacht. Denn, ihr müsst euch daran erinnern, Luna ist der Sicherheitsmechanismus für diesen Stablecoin. Jetzt ist das allerdings noch nicht alles, denn sie, und wenn ich sie sage, meine ich Doc Kwan, den Gründer von Luna und der Luna Foundation, die haben ja damals Bitcoin gekauft. Ich glaube, das müsste irgendwo im Dezember gewesen sein. Da haben sie angefangen, kontinuierlich Bitcoin zu kaufen, um damit auch noch den Pack zu schützen. Denn, klar, wenn man jetzt UST mit etwas wie Luna schützt, da ist Luna natürlich noch viel, viel volatiler. Genau deshalb haben sie Bitcoin gekauft und das Ding ist, jetzt haben sie ihre Bitcoin-Wallets geleert. Das bedeutet, sie haben also ihre Bitcoin auf Exchanges wie Gemini, Binance und auch andere Exchanges gebracht, um damit dann wieder den Terra-USD-Preis zu stabilisieren. Das wiederum hat zu enormen Fahrt auf den Markt geführt, dass sie all diese Bitcoin auf einen Schlag loswerden wollten. Und glücklicherweise, das, was sie gesagt haben, ist, dass mittlerweile tatsächlich nur ziemlich wenig davon ausgegeben wurde, aber dass es natürlich dazu verwendet wird, um UST zu kaufen, um diesen Pack zu schützen. Wir haben jetzt also ein paar Sachen. Einmal haben wir böswürdige Akteure, die versuchen, dieses Luna-Projekt zu zerstören. Es gibt eine ganze Menge FUD. Es gibt jemand, der eine ganze Menge Luna-Market gesellt hat. Und zwar wirklich genau zu dem Zeitpunkt, als die traditionellen Märkten nach unten gegangen sind. Als wir sowieso schon Panik auf den Markt gehabt haben, da haben sie unfassbar viel UST abgestoßen, um zu versuchen, den Pack zu beseitigen. Was, ja, was auch tatsächlich gelungen ist. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Doh Kwan und die Luna Foundation, wie sie gesagt haben, dass sie mehr Kapital einsetzen und zwar kontinuierlich. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt ist, haben sie ihre ganzen Bitcoin verkauft und sie haben gesagt, dass sie das nicht gemacht haben, aber sie haben selbstverständlich versucht, den Pack zu stützen. Hier am Wochenende bei 97 Cent haben sie versucht, das Ganze zu stützen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Wir sind nach unten gefallen. Dann haben sie das Ganze bei 94 Cent probiert. Auch das hat nicht funktioniert und wir sind tiefer gefallen. Und meiner Meinung nach, zu diesem Zeitpunkt müsste es eigentlich heißen, okay, Leute, lasst den Markt einfach sein Ding machen. Wenn die Leute UST verkaufen möchten, dann lasst die Leute UST verkaufen. Besser, man wartet eine Weile und benutzt dann die Bitcoin, Luna, um zu versuchen, den Pack wieder zu normalisieren. Denn jetzt gerade, wo wir so viel Panik auf dem Markt haben und wie man jetzt auch bei Anchor sehen kann, was das Nummer 1 Protokoll ist, bei dem man UST verwendet. Ja, ich glaube, vor ein paar Tagen hatten wir dann noch Einlagen von locker 15 Milliarden Dollar. Und gestern, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren wir bei 9 Milliarden Dollar. Jetzt gerade sind wir bei 6,5 Milliarden. Viele Leute ziehen also ihre UST ab und verkaufen das Ganze. Wenn sie das sowieso machen, lasst sie verkaufen und dann ist es besser, die Funds zu nutzen, um dann wieder den Impact zu 1 Dollar zu bringen, wenn die Leute mit dem Verkaufen fertig sind. Weil für mich macht es momentan einfach keinen Sinn, hier unten bei 67 Cent zu verkaufen. Wir müssen einfach abwarten, wie sich das entwickelt, ob sich daraus vielleicht eine Todesspirale für Luna entwickelt. Weil wenn die Leute Terra UST gegen Luna eintauschen, dann machen sie das natürlich höchstwahrscheinlich, um auch Luna zu verkaufen. Und das könnte dann in so einer Art Abwärtsspirale sich begeben. Und außerdem, wenn Luna sinkt, dann bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass Terra Bitcoin verkaufen muss. Was ja, deshalb haben sie ja auch die Bitcoin-Endy-Exchanges transferiert haben. Und dann müssten sie Bitcoin zu einem viel niedrigen Preis verkaufen, was dann wieder dazu führt, dass Bitcoin weiter nach unten sinkt. Einfach, weil die Leute erwarten, dass Bitcoin von Luna verkauft wird. Wir haben einfach riesiges Chaos momentan. Aber eine Sache, die ich mit Sicherheit weiß, ist, wenn man in Panik handelt, wenn man viel zu emotional ist, dann könnte es an der Zeit sein, einfach mal einen Schritt zurückzutreten, die Dinge ihren Lauf nehmen zu lassen und abzuwarten, ob sich der Pack jetzt doch irgendwann wieder stabilisieren wird. Wenn ich eine Wette eingehen müsste, würde ich sagen, er wird irgendwann wieder stabilisiert sein. Zumindest in der Nähe von 1 Dollar. Vielleicht nicht genau 1 Dollar, wie es jetzt vor einem Tag oder vor ein paar Tagen der Fall gewesen ist. Aber ich denke, er wird zumindest mal viel näher an 1 Dollar liegen als, ich sag jetzt mal 90 Cent oder so. Also, ich hoffe zumindest darauf, weil ich habe auch eine riesige Menge an TerraUSD. Deshalb, naja, vielleicht ist es einfach Hopium. Vielleicht werden wir diese Todesspirale bekommen. Ich glaube allerdings nicht daran, weil wir so viel Kapital haben, dass Luna schützt und auch in Luna investiert ist. Ich glaube einfach nicht, dass sie Luna auf 0 sinken werden lassen. Aber natürlich, wir müssen abwarten. Wir können nur abwarten. Trotzdem, wirklich, eine der verrücktesten Tage, die ich jemals im Kryptomarkt gesehen habe. Zusammen mit dem Virusabsturz. Einfach wegen dieses Systemsversagen von TerraUSD und Luna. Ja, und auch das, was möglicherweise passieren könnte, wenn die Dinge wirklich anfangen, nach unten zu gehen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu meinem Trade, der jetzt nicht ganz so schlecht läuft wie Luna. Der ist nur gerade mal 50% unten. Ja, könnte besser sein. Aber zumindest sehen wir ja jetzt diesen Bounce, den wir auch die ganze Zeit erwartet haben. Wir müssen in diesem Moment einfach hoffen, dass der ganze Fad die Sachen nicht noch weiter nach unten zieht. Ich meine allerdings, Black Swan Events sollten wir noch weiter nach unten fallen. Dann ist es einfach eine noch viel größere Kaufgelegenheit für Bitcoin. Das ist das, was ich mache. Und auf gar keinen Fall finanzielle Beratung. Man sollte hier definitiv ziemlich, ziemlich vorsichtig sein. Deshalb setzt nicht so hohe Hebel ein, macht keine Dummheiten. Und ja, im Grunde genommen ist das auch schon alles für heute. Ich wollte lediglich darüber... Achso, nee, wir haben noch massive Mengen an Liquidation hier auf der ganzen Linie. Also 1,11 Milliarden Dollar, die hier durch Hebelwirkung vernichtet worden sind. Deshalb, Leute, unbedingt vorsichtig sein, wenn ihr mit Hebeln handelt. Und wie immer, vielen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ich halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Vielleicht mache ich sogar später noch ein Video. Und tatsächlich habe ich sogar noch eine Riesensache. Aber wisst ihr was? Wir machen das morgen. Freut euch auf morgen. Schaltet auf jeden Fall morgen ein. Da werde ich etwas richtig, richtig Großes verkünden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Teilt das Video mit euren Freunden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.